Seid mir gegrüßt zu einer weiteren Geschichte aus Maushausen. Heute geht es wieder um die Gaukler Maus und ja zu dieser Geschichte von der Gaukler Maus gibt es eine Vorgeschichte, die ist da oben in dieser Ecke verlinkt. Und um was es heute geht? Ich verrate es euch noch nicht, aber ihr werdet es jetzt gleich sehen. Die Gaukler Maus, Mäusebande. Mensch Johann, du bist ja wirklich gut im Futter, merkt der Gaukler an. Mensch, ich bin kein Mensch, ich bin eine Maus. Wenn ich dich so ansehe, siehst du mit deinem Bauch aus wie eine Birne. Eine winzig, kleine, mit Kopf, Beinen und einem Schwanz dran, spricht der Gaukler weiter. Gegen Birne? Hätte ich nichts, hast du eine. Aber stattdessen setzt er mich auf die Schulter, dann beginnt er zu rufen. Seht her und staunet, was der Mäusegaukler und sein Freund Johann euch alles zeigen können. Mäusegaukler, so tituliert er sich neuerdings. Das hat er alles mir zu verdanken. Aber eine Birne bekomme ich noch immer nicht. Naja, vielleicht später. Der Gaukler will unseren beliebten Trick vorführen, wie ich auf den anderen Arm springe, während er jongliert. Aber dazu fühle ich mich gerade einfach nicht in der Lage. Mein Bauch ist einfach zu schwer. Als der Gaukler das dann auch kapiert, machen wir ein paar einfache Sachen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und es klimpert trotzdem viel in seinem Hut. Am Abend fällt meine Generation kleiner aus als sonst. Hey, was soll das? Vorwurfsvoll sitze ich auf den Hinterbeinen und starre den Gaukler an. Tut mir leid, aber du musst dringend abnehmen, Johann. Sonst kommst du bald nicht mehr vom Fleck, meint er nur. Das kann doch nicht wahr sein. Leider weiß er mittlerweile, wie er das Futter verstauen muss, damit ich nicht drankomme. Den Beutel könnte ich einfach durchnagen. So wie die anderen auch. Aber mit dem verschlossenen Tongefäß geht das leider nicht. Und suchen kann ich mir jetzt auch nichts mehr. Es ist bald soweit. Wieder läuft ein Krampf durch meinen Körper. Zeit, das Nest zu richten. Ich schlüpfe in die Tasche. Dort rücke ich eifrig die Lumpen zurecht. Am nächsten Morgen strecke ich vorsichtig die Nase aus dem Nest, als der Gaukler mich ruft. Er macht die Klappe auf. Johann, Frühstück! Bist du krank? fragt er besorgt. Seine Hand will nach mir greifen. Ich zwicke ihn vorsichtig, aber bestimmt in den Finger. Aua, was soll das? Die Augen des Gauklers erscheinen in der Öffnung der kleinen Tasche. Die Kleinen beginnen zu fiepsen und sich zu regen. Na nun, was ist das denn? Wundert sich der Gaukler. Jetzt schiebt er vorsichtig die Lumpen zur Seite. Mit Argus' Augen beobachte ich das Ganze. Aber, beginnt der Gaukler. Nach einer kurzen Pause setzte er hinzu. Das sind ja winzige Mäuschen. Johann, du bist ja eine Johanna. Kein Wunder, dass du so dick geworden bist. Da muss ich deine Ration ja eher erhöhen. Mehr Futter? Das hört sich gut an. Auf zum Frühstück! Solange können die Kleinen auch alleine bleiben. Jetzt weiß der Gaukler ja, dass er aufpassen muss. Ja, so wurden aus einer Gaukler-Maus ganz viele Mäuse. Und so war es ja bei mir auch letztes Jahr, also 2020, als Katharina von Flandern zusammen mit Loki von Hedebi Eltern geworden sind. Und da sechs Babys rausgekommen sind. Und die Videos zum Nachwuchs in Maushausen, die gibt es oben in dieser Ecke. Und die könnt ihr euch nach diesem Video hier gerne mal anschauen. Es gibt mehrere Teile davon. Und ja, wer weiß, wie es mit der Gaukler-Maus bzw. den Gaukler-Mäusen weitergeht. Ihr werdet es erfahren. Bleibt dran. Abonniert meinen Kanal. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt Kommentare. Kathrin und ich freuen uns darüber. Und bis zum nächsten Video dann. Gehabt euch wohl! Bis zum nächsten Mal. Cheers. pesta